die trich mit 20 kommt hin bloo ist schon durch bloo ist durch bloo sind zwei durch fless und noch was tot 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 recht bei dofi totes schrater ist noch einer hat die ganze Zeit nur gesaved Sophia ist auf der 1 bloo kommt uns halt noch nicht über das Schild spring 10 HP Hibana eh 10 HP Sophia Und du jetzt. Twitch. 10 HP. Verletzt. Ich hab Blue Cam. Kommt Haupt. Verletzt. Schreiz. Heal. Heal. Ich hab's nicht. Dang. 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 GG. Knight macht nicht. Toxic. Toxic. Ja, musste sein. Toxic. 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 äh, sie sind schon in der Garne drin, ne? Ach man, nicht getroffen Ach, wow Ich mach von ihm Hohoho, hast du das gesehen? Nein Ach schade, das war ein geiler Kissen Einfach weiter gespreadt durch die Wand Wo ist der letzte? Ölfragen Schonmal nicht bei A Äh Ich hab grad den Laser gesehen Ölf Hehehe Hehehe Das hast du sehr schön gemacht Good Marking Thank you guys Red Stairs IQ und ein Monte Äh Ich hab ihn umgebracht Äh 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 Ich hab ihn umgebracht Äh Ich hab ihn umgebracht Ah, da ist er Ich hab ihn umgebracht Ich hab die ja von denen gelohnt Ich hab zwei von denen abfandelt Wo ist der letzte? Warte Hey dog Nein Kann ich mich gleich nochmal selber heilen Äh, selbst darfst du nochmal drücken Hä? Wie? Okay Ah, okay Wie asozial Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn umgebracht Ich hab ihn umgebracht Oh ho 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 Oh shit Oh shit Die Elite Aaah Ooooo Aah Du hast das aber gegeben Aah Okay, warum easy, warum Warum? Easy peasy hab ich gesagt ja aber das ist doch schon mal jetzt die Glitcher wir verzeihen dir wenn du es ehrlich bereust und dann tut man nicht mit ihm der Mann und ich hab schon weitergeklickt ohne ihn noch. tut mir echt leid schon tut mir echt leid tut mir leid oh scheiße er so kann ich mit euch spielen du so tut mir leid der arme Typ ja das ist echt gemein ich hätte es einfach sagen können ein Maid von uns kommt noch dazu aber so tut mir leid oh ma alter du Christ du bist schon echt eiskalt ja eiskalt Digga wist man nicht wie es ist wenn wir jetzt gegen ihn spielen würden Schildträger kommt hier glaube ich ja ja Monty an geht es boah ich hätte beinahe einen Headshot verpassen müssen Firmat Nice Headshot kommst du zu mit Chris? klar weiß nicht ob es geht dann können wir den entzoggen nehmen gut 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 work bleib mal hier ich kann grad nicht zurück ich glaube Garage ist was ja okay Garage ich guck mal bei Visa hier draußen Garage noch? ne ne das war ich weiß das nicht das wurde einmal Visa glaub ich ähm parkiert ja nice alter das war flawless Pulser das ist die ganze Zeit parkiert boom ja da war es einfach nicht verdammt der Scheiße verdammt der Scheiße wo brechst du dir prüfer er echt loll was das hast du noch nicht gesehen oder das war so schlecht compassionate ja da es das geklafft hat Äh, da ist noch etwas. Au. Das ist tot. Wie viel HP hast du? 20. Genügend. Ok. Wendestias glaube ich, oder? Gewesen. Warum drohnt denn überhaupt jeder? Ja eben nicht. Ja eben doch. Noch eine Rede von Wendestias. Äh, Onspot. Die zwei Fenster hier. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre es perfekt. Einer ist schon drin. Drinnen. Ja drin. Ist verletzt. Das wohl wahr. Mensch. Das war's mit dem Ace. Oh. Ist auch böse. cool. Cool. Wack. Wack. Aber das war ein schöner. folks. Guck Dynamisch. Wack. Wack. Is. Wack. Voiceizer. Wack. Wack. Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual 쓰�ка. Weil es zu schwer ist. Bullets können nicht zuerst es. Siehst du? Siehst du es? Ich gehe nach oben und versuche es zuerst es. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Das ist so schön. Das ist das von eben Mario. Das gehört auf YouTube. Siehst du? Es funktioniert nicht. Bist du das? Siehst du das? Siehst du das? Ich meine... Öffne und gehe nach oben und schaue diese Seite. Ah... Aber es ist so nah. Du kannst... Es ist nicht öffnet. Es ist nicht funktioniert. Danke. So, jetzt bin ich... Ah, scheiße! Bitte! Ich brauche mich überhaupt mit der SMG. Die SMG ist kacke. Ich darf ihn nicht. Ich brauche mich. Du kannst was mit? Franch? Nein, nein, wir sind nicht franchig. Nein, nein. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht. Das ist das. Das ist das. Ich bin immer hochgegangen. Ich war immer so frei. Das war Sledge. Ja! Da war es. Wo war der? Ja, kapitale. Kommt hoch! Kommt hoch! Ok Chris, ich hab ne Idee. Du schießt an den Rand, nimmst die Shotgun in die Hand, springst runter und gehst an die Stairs. W-w-w-W-w-w- du siehst an? Einer rückt ins Deck. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ja! Ja! Ha! Genauso hat Patrick das noch geholed. Nein. So, du wirst jetzt einfach nur hier sagen. Hä? Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tankverbot ist am Start. Sauron. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ich glaub nicht. Oh mein Gott.